hallo grüßt euch herzlich willkommen auf meinem kanal zur nächsten chiemsee folge in transport wie war 2 wie immer freue ich mich sehr dass ihr dabei seid ja wir gucken hier auf dem flughafen traunstein hier über den kreisel hinweg fand ich eine sehr sehr schöne ansicht ziemlich cool ja ein paar worte vorweg es kamen ja jetzt ein paar tage gar keine videos und davor die chiemsee folge ist auch ausgefallen da hatte ich es einfach nicht geschafft die folge aufzunehmen kann auch mal vorkommen und da hat mir dieses monströse unwetter diese super zelle die über kasse gezogen ist also ja ich würde nicht zu weit ausweiten aber ich kann euch definitiv sagen so sowas braucht kein mensch ich bin ein unfassbarer gewitter fan ich liebe diese atmosphäre wenn gewitter kommt aber als ich hier bei uns auf dem balkon stand und dann ist diese zelle auf uns zu gezogen da wurde mir schon übel und da wusste ich auch das ist kein normales gewitter und innerhalb von 15 20 minuten stand ganz kassel unter wasser viele viele autos im eimer durch diesen riesigen hagel der dabei war golfball groß tischtennisball groß und ja wir sind ziemlich abgesoffen wer das nicht mitbekommen hat es gibt etliche videos auf youtube also das ist unfassbar zum glück ist keiner schwer zu schaden gekommen also keine schwer verletzten einige wurden von hagel getroffen platzwunden und blaue flecken prellung aber nichts schlimmes zum glück passiert aber das war wirklich richtig richtig heftig und ich hoffe dass es so schnell nicht wiederkommt aber ja auch noch mal dazu ein zwei worte sowas gab es schon immer wird es auch immer wieder geben ich kann mich daran erinnern da war ich ein kleiner junge da mussten sie meine oma durchs küchenfenster reinziehen im erdgeschoss weil da kam auch ein wolkenbruch so hat man das ja früher genannt heute ist ja alles ein bisschen superzelle und wall cloud shelf cloud bühnenwalze etc ja da hatten wir auch so ein unwetter und vor 20 jahren als ich noch in meiner heimatstadt gewohnt habe da hatten wir sogar auch so ein unwetter und da sind die alarmanlagen von den autos sogar angegangen durch den donner durch die vibrationen des donners das war auch echt heftig also ist nicht das erste unwetter dieser art was ich hinter mir habe also ob das jetzt wirklich am klimawandel liegt weiß ich nicht aber auf jeden fall braucht das kein mensch ja soweit ist jetzt aber alles wieder klar und wir können weitermachen die flugzeuge starten schön und landen sehr sehr cool ja ich habe das jetzt nur gesagt damit ja für alle die es nicht mitbekommen haben im community tab wisst warum jetzt ein paar tage nichts kam dieses städtchen hier ein großprojekt aber nicht ab dieser folge sondern ab der nächsten einige hatten das nämlich vorgeschlagen jedoch eine kombinierte hoch schräg strich u-bahn zu bauen und das bietet sich hier echt gut an weil wir ja hier die hügel haben wenn wir ziel zum beispiel nur mal als beispiel eine hochbahnstation rein machen kann die hier in tunnel rein fahren und dann fahren wir hier einmal unter dem berg drunter durch kommen dann hier zum beispiel wieder raus und können hier als hochbahn weiter fahren und wie genau und wo genau hier durch wäre nicht schlecht ne also hier definitiv nicht aber hier durch wäre natürlich super dass wir hier irgendwie ja müssen wir dann mal schauen aber auf jeden fall möchte ich das projekt angehen das wird wahrscheinlich zwei drei folgen bestimmt dauern weil das wird schon etwas größer aber das ist glaube ich die beste idee wir haben ja hier auch diese wunderbare u-bahn station die u-bahn station wittenberger platz und die hatte ich ja auch an am bodensee und da haben wir hier unten ja diese wunderbare u-bahn station drin die würde ich dann einfach zwei dreimal hier oben hin bauen ich weiß es gibt auch die underground station et cetera aber ich glaube dass dieser bahnhof ziemlich cool ist und den möchte ich dann auch verwenden habe auch schon mal versucht den hier oben rein zu bekommen war aber nicht ganz so einfach bin ich ganz ehrlich da müssten wir schon das ein oder andere ja die ein oder andere querstraße wegnehmen damit wir das hier rein bauen können ich habe das hier hier habe ich auch versucht aber das blöde ist halt der will das terrain gleichen und dann funktioniert das ganze nicht nur das ist ein bisschen blöd diese kacheln hier sind einfach zu klein vielleicht hier müssten wir hier einfach so die querstraße wegnehmen das dann planieren dass das gerade ist die station da rein bauen und dann sollte das ganze klappen und das war hier ja wie gesagt hier vorne irgendwo rein fahren dass wir hier am hauptbahnhof natürlich halten mal schauen wie wir das hier rein kriegen vielleicht sogar hier und dann hier einmal rum fahren hier hinten rein und dann hier eine station hier eine station und dann mal gucken hier hinten vielleicht noch ein vielleicht reichen auch zwei und dann die hinten wieder raus und dann nach hier hinten die endstation hier vielleicht auch eine u-bahn station als endhaltepunkt hier hinten rein aber das ist zukunftsmusik da könnt ihr euch schon mal darauf freuen in dieser folge möchte ich mit euch nämlich das wurde sich auch gewünscht die nebenbahn hier hinten bei st johan was übrigens auch wow ich werde bekloppt das ist echt krass guckt euch mal die skyline an hier in st johan die städte explodieren das ist absolut krank hier auch wahnsinn hier wurde sich nämlich gewünscht dass wir mal die bahnhöfe hier an der nebenbahn modernisieren übrigens auch gut geld abwürfen das würde ich gerne mal machen weil ich denke dass das definitiv mal nötig ist na gut hier hinten hatten wir schon immer das problem das städtchen will auch nicht wirklich wachsen hier hinten sankt ulrich am pillersee immer noch 97 richtig wachsen will es nicht keine ahnung sollten wir vielleicht auch mal treibstoff hin bringen obwohl wir haben hier ein einwohnerziel von 931 seltsam wir haben hier eine sehr sehr gute anbindung des öffentlichen nahverkehrs aber ja wachsen möchte das städtchen nicht schade okay dass man vielleicht noch mal ein paar straßen hier hin zwirbeln ein bisschen so auf die sprünge helfen das doofe ist jetzt natürlich obwohl so doof ist es gar nicht immer hier mal die ganzen gebäude raus gleise lasse ich mal liegen das ist denke ich okay und dann nehmen wir mal hier wieder unsere lieblings bahnsteige der deutschen bahn da bauen sie auch gleich gebäude hin also bauwillig scheinen die zu sein nur die scheinen irgendwie kein platz sorgen das ist hier weg damit auf der anderen seite dann auch noch mal noch mal kurz zu dem unwetter normal stehe ich dann immer auf dem balkon wenn draußen gewitter ist guck mir das ganze draußen dann an aber diese böenwald ist über uns drüber gezogen das ist diese walze die vorne an so einer superzelle dran ist die quasi alles einsaugt kaum mal die drüber gezogen ging draußen der sturm los und ich wollte einfach nur noch ein das war wirklich der absolute wahnsinn hauptgebäude na gut das brauchen wir hier gar nicht brauchen wir hier ein hauptgebäude mit eingang sonst haben wir hier hinten natürlich ja nur die prellböcke das sieht natürlich ein bisschen komisch aus dann dann brauchen wir noch seitengebäude passend hier rein weil die haben auch keinen zugang da könnten wir auch das nehmen ist vielleicht ein bisschen was heißt hier mit zugang dann haben wir nur noch die gebäude die passen hier eh nicht hin was nehmen wir hier güterschuppen dann nehmen wir einfach die hier noch stehen geblieben quasi klein so zack okay hier bauen wir aber auch fahrstühle rein wenn man hier reinkommt dass man zack einmal gleich rüber gehen kann dann meine lieblings unterstände mag diese ja diese roten dann hat man den ersten bahnhof modernisiert und dann mal gucken dass wir hier eventuell sogar damit die stadt mal wachsen kann ein bahnübergang hier irgendwo drüber kreis wird schwierig das wird halt echt schwierig ihren bahnübergang reinzukriegen wenn dann hier aber ja das ist nicht auf einer höhe bahnübergang würde glaube ich hier gut gehen hier geht ein bahnübergang rein machen wir mal dass wir der stadt einfach sagen komm mal hier hinten hast du auch noch platz bau doch mal hier genau und dann machen die das nämlich auch gleich hier dann wie so eine wende schlaufe rein so dann können die auch hier bauen vielleicht gar nicht so schlecht dann hier durchs moor einmal hier rum könnte auch hier anbauen und hier brauchen wir dann natürlich noch was mit schranken das ist ganz okay so bin ich mal gespannt was das städtchen macht wenn hier dann bauen können wir hier auch noch einen zugang reinsetzen gut das wäre der erste streich der zweite folgt zugleich nämlich hier in weitringen hier würde ich fast nur die dächer rausnehmen ist der bahnsteig eigentlich ja das doofe ist wenn wir hier die bahnsteige lassen dann können wir jetzt euch den fahrstuhl draufsetzen dann ist ja dann sieht das so aus das wollen wir natürlich nicht wegen muss auch hier der bahnsteig weichen das ist ja super mit dem abreißpunkt der ist irgendwie hinten übrigens der bahnhof hier kasse williams höher auch komplett unter wasser gestanden es war wirklich extrem wirklich extrem in einer halben stunde so viel regen gefallen wie sonst in einem ganzen monat das war wirklich bemerkenswert so plattform nehmen wir aber eine etwas modernere machen wir die 2000er hier an der nebenbahn hier machen wir natürlich auch mit fahrstuhl machen wir aber beidseitig begehbar nee das geht ja gar nicht mit dem fahrstuhl mit fahrstuhl geht das nicht nur passagiergebäude da hatten wir glaube ich das aus passau und das mit zu mir das war zu groß das hier war das auch nicht ach super wenn man sich gemerkt hat welches gebäude hier stand das war das ich glaube das war das noch mal zwei stück hier machen wir dann noch mal andere unterstände hier kann auch geraucht werden das möchte ich nicht die hier waren das noch genau etwas ältere bänkchen und dann passt das auch hier schön 612er donnern wieder raus schön immer wieder herrlich die inzügen zuzuschauen einmal hier vorbei und dann sind wir hier in der schreddergasse ist das eigentlich schredder? nicht schreddergasse nicht die schredder sondern die schreddergasse hier können wir aber auch mal ein bahnübergängchen bauen die würde ich aber dieses mal hier hinten hin machen hier hin ja das war auch hier erstmal den bahnhof auch hier moderner machen und dann auch noch einen seitenzugang hier lasse ich jetzt aber die alten gebäude stehen also muss ich jetzt natürlich erstmal wegnehmen weil ich die bahnsteige modernisieren will aber dann da gibt es die alten gebäude wieder denkmal geschützt finde ich manchmal ganz nett die hier waren das noch genau manchmal ist sowas ganz cool oder waren das gar die etwas größer und die wirken hier ein bisschen klein hier das gar die? ne die passen nicht da könnte es nur die gewesen sein so und dann hier Treppen von hier hinten so hier nehmen wir wieder Fahrstühle eine reicht ein Häuschen hiervon und dann noch ein paar Bänke so naja die Städte sind ja noch nicht groß genug da müssen wir den Städten auch nochmal helfen dass sie sich hier noch mehr vergrößern das ist natürlich Ehrensache definitiv Ehrensache ne gut dann lassen wir das könnten wir ne ok lass mal so das wir hier auch so eine Wendeschlaufe bauen so ok dann haben wir den Bahnhof auch und dann ist ja eigentlich nur noch der hier ne ne hier ist auch noch einer ach alles voll rappelvoll hier mit 237 kommen die Massen hier raus Flughafen auch alles voll einige von euch hatten auch geschrieben dass sie ähm für jede Linie für jede einzelne Linie ein eigenes Gleis haben das finde ich schon bemerkenswert also finde ich krass bin ich ganz ehrlich ähm das gibt ja das gibt ja das gibt ja ein richtiges äh Gleischaos also nicht Chaos was die Züge angeht sondern ihr habt ja dann die ganze Karte voll mit ähm mit Gleisen also das finde ich persönlich dann jeder natürlich so wie er mag ne aber das finde ich dann persönlich doch schon ein bisschen ja krass so hier nehmen wir am Flughafen natürlich die richtigen Terminals hier hier finde ich passt immer ganz gut mal ein Fahrstuhl Doppelunterstand hier weil es der Flughafen ist so Doppelunterstand hier weil es der Flughafen ist und dann hier auch weil es der Flughafen ist unser altbewährtes Dach jawohl ich weiß es ist eine Nebenbahn aber das Dach ist einfach cool und passt auch super der Baum hier passt nicht super ich finde es einfach cool ach die Züge fahren wieder nicht logisch 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 soll es ja auch in die andere Richtung fahren ach das ist aber auch immer ne drehen wir bitte rum hier hinten dürfte nämlich keiner mehr sein sobald ihr was in der Linie verändert Bahnhöfe Signale oder was auch immer kommen die Züge irgendwann nicht mehr klar drehen und wenden machen und tun den können wir auch noch mal drehen und dann der letzte Bahnhof aber bevor ich den letzten Bahnhof hier baue ja sei es drum das bleibt jetzt so hier machen wir hier war ja nur der eine Bahn übergangen genau auf Schranken hin und dann kümmern wir uns noch um diesen Bahnhof hier auch rappelvoll man hätte jetzt natürlich auch einfach alle Bahnhöfe neu setzen können aber dann habe ich immer Schiss dass irgendwas schief geht weil man die Gleise ja hier weggenommen hat und so nehmen wir ja nur die Bahnsteige weg die Gleise bleiben liegen also die Linien kommen dann nicht durcheinander die Züge kommen durcheinander aber die Linien an sich nicht weil ja der Haltepunkt noch da ist quasi und deswegen lasse ich das immer gerne hier machen wir dann aber mal wieder die Überführung machen wir mal oben drüber und brauchen natürlich ein Passagiergebäude auch hier machen wir ja einfach die alten aus Nostalgiegründen bleiben die alten Gebäude natürlich immer wo das geht hier ne ist ja eine Treppe gebaut mal was testen eigentlich hier ändert sich nichts wenn ich M und N drücke schön ok aber Wahnsinn die Skyline 1740 Einwohner Wahnsinn einfach nur der Wahnsinn der E 101 20 Millionen ich hab die 218 da dran ne genau wunderbar wunderschön Rosenheim St. Johann da könnten wir auch nochmal könnten auch nochmal einen Flughafen bauen ne könnten wir eigentlich auch nochmal machen was macht Traunstein 4451 richtig 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 heftig Linienübersicht unsere Intercity Linie immer noch am ertragreichsten 8 Milliarden mittlerweile geknackt am wenigsten Geld macht die RB90 aber da haben wir ja im Moment was hier los der wartet auf freie Wege ist das richtig ja das ist richtig der hat keinen Weg elektrisch das finde ich jetzt aber nicht so lustig kein Wunder dass die Minus machen kein Wunder dass die Minus machen aber wo 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 haben wir hier keine Elektrik wo 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 da ei 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 fährt immer noch nicht irgendwas muss noch fehlen nö ja wahrscheinlich fährt er einfach nicht soll jetzt manuell machen genau hey die 103er von Rail Adventure ach Gott jetzt haben wir hier alles aufgehalten ne obwohl es geht ist ja zum Glück nur die Linie nach RuPaul schweigen gehabt okay das war jetzt natürlich blöd die ÖBB Michelangelo die ist also die 1116 auch sehr schön Railjet ist mittlerweile auch am Start mhm mhm ihr wisst wahrscheinlich was ich vorhabe Express Linie würde ich hier einmal eine 120er tauschen ähm zu Kompositionen müssen ja hier dabei sein ne na da ist er aber die wollte ich gar nicht okay wir haben die Lokomotive der Red Bulletin aber wir haben leider noch nicht die Garnitur ne hier hier ne da ist er der Red Bulletin schön sehr geil und dann natürlich auch die Lok dazu zack ersetzen so ein genialer Zug ne bombastisch also was so die Optik angeht ist das für mich einer der wunderschönsten Züge weltweit ne diese Wagenreihung die die Optik der Wagen die Optik dieser Lokomotive es ist einfach einfach nur geil um das mal so salopp zu sagen und dann nehmen wir noch eine 103er raus vielleicht es mir tut ähm ja hier eine 103er nehmen wir noch raus und machen dafür ähm ein Ski Austria Ski Austria Austria nein Austria Version des Railjets wo war er da so und zack wartet hier hinten auf freie Wege auch schön schön Baby Blau Weiß und fährt hier in den Flughafen Bahnhof ein echt eine der coolsten Stellen auf der Map finde ich die Hochbahn zusammen mit dem Bahnhof hier und dann der Flughafen finde ich wirklich sehr sehr gelungen die Stelle hier muss ich mich auch mal selber loben darf auch mal gestattet sein machen die hier Plus oder Minus das nur eine Verstärker macht Plus die Hochbahn macht natürlich mega Minus aber können wir uns erlauben denke ich schön mit dem Railjet der hier einfährt machen wir an der Stelle Schluss und ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen hoffe es hat euch gefallen und ab der nächsten Folge dann Großprojekt Traunstein die kombinierte Hoch-U-Bahn Dankeschön und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao